9. Oktober 2017, 1209 Uhr, dpa Deutsche Presseagentur GmbH, dpa Berlin, dpa Die Sondierungsgespräche von Union, FDP und Grünen sollen am Mittwoch kommender Woche beginnen. Wie die Passauer Neuen Presse berichtet, seien übernächsten Mittwoch zunächst Gespräche zwischen Union und FDP sowie zwischen Union und Grünen geplant, also nach der Landtagswahl in Niedersachsen. Am Donnerstag, darauf werde es Beratungen von FDP und Grünen geben, wurde auch der dpa aus Verhandlungskreisen bestätigt. Am anschließenden Freitag wollen CDU und CSU gemeinsam mit Liberalen und Grünen die Chancen für ein Jamaika-Bündnis ausloten. Teilen, twittern, drucken, mailen, redaktion.